Hallo, also meine Lieben, wir sind in der Segelberg und wir fahren jetzt nach Münster und wir müssen jetzt warten, weil wir einkaufen für Lenny oder für uns. Ich weiß es nicht. Da ist Lenny. Und der Zug kommt in 20 Minuten. Es ist jetzt 20 vor 1. Und du wirst in der Kälte stehen. Es ist Winter. Willst du noch Werfen von dir sagen? Von mir? Ja, oder wo wir gerade sind. Wir stehen im Schnee. Es hat geschneit. Ja, wir haben Winter, Leute. Da hinten ist der Fernsehturm. Also, es ist Winter. Herzlichen Glückwunsch. Es ist kalt. Es ist wirklich kalt hier. Also eben war ihm total warm. Es ist total kalt hier. Und Lennox ist so ruhig. Habt ihr ihn gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast in die Kinderwagen gekriegt. Hier sind ganz viele Kinder. Ganz viele Leute. Zwei. Und ein Taxi-Maren, der guckt uns ganz blöd an. Ah, ihr. Da oben, äh, da unten ist Lenny. Nein, da, Lenny. Wollte ich ihn aber sehen? Nein, das ist echt auch nicht. Oh, darf ich ihn beißen? Ähm, wir sind gerade in einem Tunnel. Ja. Und ähm, wir gehen, also wir waren eben bei McDonalds und haben was gegessen. Und jetzt gehen wir. Ein bisschen. Nein, nein, wir waren scheiße. Wir gehen jetzt. Wusstet ihr, dass es nicht überall bei McDonalds ein, äh, warte. Ein Big Rusty. Ein Big Rusty gibt, das war nicht voll scheiße. Ich hab mich so gefreut, dass wir jetzt zu McDonalds gehen und Big Rusty, die ich mir essen könnte hier. Aber es gibt ihn hier nicht. Also nie in der Münster. Volker, ne? Ne, McDonalds. Also, ähm, wir gehen jetzt ein bisschen noch, ähm, und jetzt sind wir gleich da. Und da, das wäre dochs. Ähm, gehen wir einen Kappel. Ja? Ja. Ja. Ich weiß immer noch scheiße. Also, wir sind jetzt fast zu Hause. Ähm, da ist Flannox. Wollt ihr da mal sehen, ich zeig ihn euch einmal. Da könnt ihr da mal sehen. Ja, und ich nehme das mit dem Münster zurück, ja? Also, das, äh, es gibt zwei Makers und der eine ist geil, Daniel. Ah, ja, also ihr könnt auf jeden Fall ein Big Rusty bei McDonalds kaufen. Wow. Also, alle warten auch nach Münster zu McDonalds. Jetzt müssen wir nie wieder Abfahrt fahren. Ja, der bleibt jetzt hier schon immer stehen. Er kriegt mein Fahrrad nicht mehr ab. Ja, und auf meinen Sattel würde ich mich auch nicht übersetzen. Er ist eingefroren. Und auf meinen Sattel würde ich mich auch nicht übersetzen. Also, wir gehen jetzt nach Hause. Eine halbe Stunde dauert das. Hier sind ganz viele Autos. Und dann werde ich euch meine Sachen zeigen. Denn wir sind ziemlich fündig geworden für die Lenox. Ja. Ich kann euch ja mal ein kleines Zeichen hier unten bestimmen. Da. Sind die Sachen drinne und die zeig ich euch gleich. Aber wir gehen jetzt erstmal los. Ich zeig euch noch einmal Lenox. Da ist er. Hey. Ähm. Ich bin jetzt soweit fertig. Ich hab meinen Schlafanzug fertig gemacht. Und es ist jetzt, glaube ich, gleich 9 Uhr. Das heißt, ich muss gleich schlafen gehen, weil ich morgen früh wieder um 8 Uhr. und mach drauf bisschen Unterricht um 6 Uhr aufstehen muss. Ja. Das heißt, ich mache jetzt noch schnell, ich zeig euch jetzt noch schnell meine Sachen. Und dann werde ich schlafen gehen. Also noch das Video schneiden, dann werde ich schlafen gehen. Ja. Ich zeig euch einmal kurz, was ich alles gekauft habe. Hier liegt das alles hier. Und um. Fangen wir mit dem an. Das ist ein super süßer, kleiner Kurzarmbody in rot. Für den Lenox. Dann haben wir einen Kurzarmbody. Der ist blau und braun. So. Dann einen weißen Langarmbody. Und einen Kurzarmbody mit einem Bärchen drin. So. Und noch ein Langarmbody. In blau. In blau. Hellblau. Und. Mein Lieblingstil. Eine voll süße. Jacke. Strickjacke. Ich nehm dir jetzt mal Strickjacke. So. Mickey Mouse Style und so. Also so ne Jacke. So siehts von hinten aus. So siehts von hinten aus. Ähm. Mit einer richtig süßen Mütze. Mit zu öcheln. Oh. So hinten. Oh. Genau. Ist der gefunden. Hier noch ein Schwännchen dran. Richtig süß. Und. Da hab ich noch etwas. so ne richtig cutees. So ne richtig süße Jacke. Die hat hier in den Ermitteln auch so. Runder dran. Richtig süß. Und. So ne Art Parker. So als. Das ist. Das ist. So die ganzen Knöpfe. Oh. Und die ist so richtig. Wie häufig sagt. Ksegeuse sei schade. basic jour. Dcope. Begleituaat. Wahnsinn. At Fred war diese Schlag returner. Zumрен hat da. Not so gesehen. St Aber ich bin meiner schon. Es kommt noch ganz übersetzt. Jetzt drei. Schlag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin unser first. Schal bridges geräusch. Ah ja. Untertitelung des ZDF, 2020